Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Live-Letsplay zu Crash Bandicoot 3 Warped aus der Incent Trilogy. Irgendwas hat da gefehlt, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, wir sind hier. Ich weiß nicht, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Müssten wir hier, haben wir hier alles schon fertig? Let's the Walk-In wäre natürlich sehr nice, wenn hier alles fertig wäre. Ja, sehr schön. Tomb Raider, toll. Oh Gott, hier fehlt noch alles. Ja, das haben wir zum Glück. Hier haben wir, glaube ich, einfach mittendrin aufgehört, ne? Wir machen jetzt zuerst Tomb Raider, weil das ist nicht so geil. Jetzt kommen die guten Level. Ja, schön. Ich habe hier heute übrigens mein Licht ein bisschen gelber gemacht, weil das Weiße war heute irgendwie so hell. Deswegen haben wir heute gelb. Okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt was gebracht hat. Nein, 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 nein. Das Hasslevelverzug zu ihm. Brains. Die Maske hätte man vielleicht mitnehmen. Hätte man mitnehmen. Naja. Wenn ich da nicht gestorben bin, ist ein Wunder. Ja, jetzt habe ich aber nicht mehr die tolle. Das tolle Timing. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was wir hier für eine Zeit brauchen. Fick dich doch, du Wohre. Nein, das war einfach viel zu viel Glück. Könnte man eigentlich so drüber springen, ne? Dass man über die beiden Kisten springt. So nämlich. So machen das die Profis. Ah. Ach genau, was mir heute eingefallen ist. Könnte ich euch mal fragen. Und zwar. Habt ihr das auch manchmal, dass ihr irgendwie einen Film guckt? Also ich muss das mal anders erzählen. Und zwar. Ähm. Ähm. Dennis und ich. Da ist das irgendwie meistens so, wenn wir einen Film gucken auf Videokassette oder so. Ähm. Und wir dann irgendwie die Kassette wechseln, weil der Film zu Ende ist. Dann ist dann meistens irgendwas, was mit den Schauspielern irgendwie so zu tun hat. Dass zum Beispiel irgendwie ein Schauspieler von der einen Kassette dann bei dem anderen Kassette irgendwie mitspielt. Ähm. Durch Zufall irgendwie. Oder dass wir halt irgendeinen Film gucken und dann irgendwie auf einmal gibt es eine Nachricht davon, dass irgendwas mit einem Schauspieler davon ist oder sowas. Ich kann mir jetzt ein spezielles, eine spezielle Sache erzählen. Und zwar ist die teilweise heute passiert. Ähm. Wir gucken momentan die Sopranos. Und ähm. Ich hab durch Zufall, wurde mir letztens wieder in meine Google Nachrichten reingespült. Von wegen, äh, dass ein Film in die Kinos kommen soll. Jedenfalls in Amerika. Ähm. Ähm. Irgendwas mit New Arc. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie der Film heißt. Auf jeden Fall erzählt das die Vorgeschichte von... Äh. Toni Soprano. Ähm. Das war halt so das Erste. Dass halt zufällig ein Film in die Kinos kommt, wenn wir Sopranos gucken, obwohl es die Serie schon seit 2010 oder so nicht mehr gibt. Ähm. Und dann... Habe ich heute K.I.Z. gehört auf der Arbeit. Ähm. Und da gibt es eine Line. In dem Lied. Äh. Scheiße, wie hieß das Lied denn? Die Line kriege ich jetzt auch nicht mehr so richtig auf die Kette. Moment. Auf jeden Fall. Die Line war irgendwas von wegen, ähm, ich bin sowas wie der deutsche Sopran... äh, wie der deutsche... Ach, fuck. Moment. Ich hab's total verschissen. Äh. Ich bin sowas wie der deutsche Gandolfini. Gandolfini ist der, ähm, der Schauspieler von Tony Soprano. Ähm. Und das hat da halt wieder auch was mit den Sopranos zu tun. Und irgendwie ist das bei uns voll oft so, dass wenn wir irgendwas gucken oder so, dass dann ganz viele Sachen irgendwie dazu passen, die dann gerade passieren. Oder durch Zufall, dass wir dann... Ja, dass wir gucken irgendeinen Film und dann spielt ein Schauspieler mit und dann auf einmal, ähm, in einem anderen Film und dann hat der Schauspieler aus dem einen Film, hat dann wieder irgendwie so eine Nebenrolle in dem anderen Film. Und das ist nicht nur einmal schon passiert, das ist jetzt schon des Öfteren irgendwie passiert. Aber ich bin ja nicht so ein MachIR, der das gehört, das ist nicht einfach Schauspieler. Und das ist ja BK-2, der der das ist nicht einfach, es ist einfach, es ist einfach da sein. Also, ich bin ja BK-2. Und das ist ja BK-2. Und da ist ja BK-3. Und da ist ja BK-3. Und das ist ja BK-2. Es hätte gepasst. Es hätte gepasst. Oh, das ist bestimmt scheiße. Ah, naja. Hat man das gerade überhaupt verstanden, was ich erzählt habe? Halbstark, genau. Richtig. Halbstark. So hieß es nie. Halbstark. 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 Da kam das hinvor. Ich bin sowas wie der deutsche Gandolfini. So. Prost. Okay. Ja, würde ich sagen, machen wir direkt nochmal. Also gucken wir erstmal, was das für ne Time hier ist. Ähm. 1,45,03. Ja, das ist sowas von machbar. Ja. Hätte ich den letzten Dings durchgerannt. Aber jetzt weiß ich, wenn ich die drei Masken habe. Durch. So. So. Hö, rund. Hö, rund. Nein, das war so ein guter Versuch, Junge. Diese Treppen, ne? Also Pranus ist so gut, ne? Und ich wollte das, ich war noch am überlegen am Anfang, ob ich das mitgucken soll. Dennis hat noch so gefragt, soll ich die alleine gucken, die Serie? Oder, äh, willst du mitgucken? Und da war ich dann, ah ja, gut, kann man ja mal probieren. Ich bin so froh, dass ich die mitgeguckt hab, ne? Ich bin jetzt schon traurig, dass wir, wir sind jetzt bei 6,1 ungefähr in der Hälfte. Also nicht mal. Müsste ja, wir haben gestern die zweite DVD, haben wir fertig gefuckt von 6,1. Ähm, ich bin jetzt schon traurig, wenn das vorbei ist. Aber dann gucken wir so Office, da freu ich mich jedenfalls auch schon drauf. Ich muss mich mal mehr konzentrieren hier, das kann doch nicht sein. Wir sind ja schon seit, was weiß ich wie viel Stunden im Game und wir haben noch nix gerissen. Oh no, zwölf Minuten. Na, ich bitte. Voltes damaged hab Internet Partners ich glaube es gibt geez block mm den raus dann Das ist eigentlich nicht gut, wenn ich die Maske verpasse, weil mir dann mehr Zeit hintenrum fehlt. Ach, come on. Das muss jetzt aber nicht sein. Das war so gut, was ich gemacht habe. Ach ja. So, weiter geht's. Wie war heute übrigens euer Tag? Das könnte ich eigentlich auch mal vorstellen. Und was habt ihr am Wochenende vor? Das interessiert mich immer so, was andere Leute irgendwie treiben am Wochenende. Kann man sich dann was von abgucken oder so? Ich muss nämlich mal anfangen, weniger YouTube. Das hat in den letzten paar Wochen bisschen überhand genommen. Wie schlimm ist denn? Immer so dumme Sachen. Aber ich mache mir das halt meistens so, wenn ich irgendwas mag, weil ich nie aufräume oder so, dann mache ich mir das immer nebenher an. Und dann muss ich irgendwie umschalten, weil dann im Autoplay irgendein Kacke kommt. Und dann bleibe ich meistens draufhängen und dann bleibe ich hier sitzen. Erstens. In der Zeit räume ich nicht weiter auf. Und zweitens ist das immer so dumme, unnütze Kacke, die ich dann gucke. Und es ist keine YouTube-Kacke, weil die ist nicht dumm und unnütz. Dumm schon, aber unnütz nicht. Die Probleme der Julia. Ich habe aber schon was gefunden, wo ich dann trotzdem diese Kacke quasi gucken kann. Und zwar während dem Hula-Hoop habe ich dann eine Dreiviertelstunde Zeit, irgendeine Kacke zu gucken, die ich dann einfach so laufen lassen kann nebenher. Scheiße. Ähm. Ja. Da mache ich dann ja Sport. Da darf man was. Und dann kann ich sowieso nichts anderes machen. Außer die Hüften schwingen. Ähm. Aber. Ja. Wenn ich sonst irgendwas tun kann, was sinnig wäre, ist halt scheiße damit. Fast schon wie die Sucht. Das ist aber gar nicht so. Ja. Das war doof. Du bist schon eine sympathische Streamerin wieder. Oh. Der freut mich aber. Dankeschön. Ich werde gleich noch deinen Tag und dein Wochenende lesen. Beim nächsten Versuch. Ja, ich gehe schon vom nächsten Versuch aus. Mein Tag war gut und am Wochenende streiche ich die Wände und die Decke in meiner Küche und den Badezimmer. Das klingt doch mal nach Tatendrang so ein bisschen. Das ist auf jeden Fall was Sinnvolles. Ich habe auf jeden Fall einiges auf meiner To-Do-Liste stehen fürs Wochenende. Ja, der zweite Sprung nicht funktioniert. Ähm. Ja, einiges steht drauf. Aber. Ich frage, ob ich alles mache. Oh shit. Produktivität, von der ich mir mal ne Scheibe abschneiden müsste. Ja, da können wir auch mal ne Scheibe von abschneiden, ne. Das war letzte Woche, die Spätschicht. Da war ich sogar total, da war ich total froh, also nicht froh, sondern stolz auf mich, dass ich mal meine To-Do-Liste für den Tag abgearbeitet habe. Also so ungefähr alles, was drauf stand. Das ist schon traurig. Ich mach momentan so, ja, wie nennt es sich das? Ich weiß gar nicht, wie das getitelt ist. Nicht Aushilfe, weil ich nicht Hilfsarbeit, irgendwie sowas. Ich löte auf Platinen rum. Also die Sachen, die durch die Nachbestückung gehen, die gucke ich halt nach, ob die richtig eingesetzt wurden und ob die richtig verlötet wurden von der Maschine. Und dann müssen da halt noch so Bauteile, die Thermosicherungen, die bei Temperatur auslösen, die muss ich dann von Hand noch einlöten. Teilweise tue ich auch komplett Platinen bestücken und verlöten. Aber das meiste ist dann erst vorher über die Maschine gegangen und dann halt noch Thermosicherungen reinmachen. Ja. Ich brauch die Kiste gar nicht. Na du, Aua. Aber ich will auf jeden Fall noch was anderes machen. Oh, Scheiße. Weil das ist nichts, was ich mein ganzes Leben lang machen kann. Weil ich merke jetzt schon langsam, wie mein... Scheiße. Wie jetzt schon mein Hirn langsam der Matsche geht. Weil es halt überhaupt nicht anstrengend ist. Du musst dein Kopf nicht wirklich anstrengen dafür. Und dann kriegst du dann deinen Auftrag. Ach. Kriegst du deinen Auftrag. Ähm. Jetzt aktuell hab ich was... Also musst du halt Beinchen abknipsen. Zwei Thermosicherungen pro Platte reinmachen und eine normale Sicherung rein klipsen. Und halt gucken, ob alles richtig rum drin ist und sowas. Ähm. Jetzt sind dann 400 Platten. Das heißt also 800 Thermosicherungen einlöten. Ja. Und dann... Ist damit fertig. Und dann hab ich genau den gleichen Auftrag nochmal gekriegt. Also nochmal... 400 Platten nachgucken und 800 Thermosicherungen einlöten. Und irgendwann... Immer das Gleiche. Immer das Gleiche. Und dann musst du auch noch verkleben. Das ist wirklich komplettes Hirn ausschalten. Habe ich den tot gemacht hier? Ist hier nicht normalerweise einer? Och. Oh. 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 Ja. Das gibt einen langen Part für YouTube. Ach man. Man ist teilweise auf jeden Fall froh darüber, wenn, weiß ich nicht, Bauteile falschrum eingesetzt wurden oder die Beine... Also nicht richtig... Wenn die Maschine wieder rumgesponnen hat und ähm... Die Löcher nicht richtig dicht sind und so. Ähm. Ja. Damit man mal ein bisschen was anderes zu tun hat. Ähm. Später zockst du nochmal... Ja genau. Später gibt's auch noch was auf der Playstation 3. Und zwar... Mein Lieblingsspiel. 4-2. Ich freue mich ja. Mann. Äh. Äh. Ich habe auch einen YouTube-Kanal. Der ist momentan aber relativ inaktiv. Ähm. Weil ich... Ich habe quasi noch ein laufendes Projekt. Und zwar Megaman... 5 ist das glaube ich. Das ist... Ich weiß noch nicht mal mehr, was ich da für ein Spiegelspiel habe. Ist auch glaube ich jetzt schon mittlerweile ein Jahr her. Das ist so traurig. Ähm. Ja. Da... Das ist noch offen. Und da sträube ich mich momentan etwas, das weiter zu spielen. Hallo. Heißt übrigens genauso wie... Nicht wie hier. Es... Es tut mir leid. Ähm. Der Kanal heißt einfach nur X3 Julle. Ähm. Ohne das YT. Ja. Aber ich habe mir vorgenommen... Ende September habe ich Urlaub. Und da wollte ich dann... Äh. Megaman auf jeden Fall fertig spielen. Damit das wenigstens weg ist. Und dann... Hatte ich schon ein bisschen... Geschwärmt. Vielleicht mit... Ähm. Wario Land 2. Für ein Gameboy das zu spielen. Aber da... Das weiß ich noch nicht so hundertprozentig. Weil das wäre ein Blind Run. Und ich weiß nicht wie schwer das Spiel ist. Und ich würde gerne was leichtes spielen. Und ich würde gerne was leichtes spielen. Oh oh. Ja. Megaman 5 für... Für den NES. Für das NES. Das... Nintendo Entertainment System. Man könnte meinen, ich habe das Spiel noch nie gespielt. Wahnsinn. Das ist klar. Dich... Oh nein. Was macht den yes? Ich war viel weniger. Ich war viel weniger. Ich war viel weniger als Tische. Ich bin. Wollte sie immer mehr. Ich war nicht so. Nein. Nur. Ich bin. Es war nicht so. Ich muss. Ich bin. Ja, ich hab im originalen Endkurs. Hab ich sogar gemoddet. Kann man ja auch mal jetzt, meinst du? Mal sagen. Oh, das war so ein guter, so ein guter Versuch. Es tut mir leid, falls das gerade laut war. Oh Mann, das war so kurz vor Ende. Ah, Mann. Äh, nee, ich hab, ähm, ja gut, weil, halt diesen, ähm, das eine Beinchen absäbeln da, damit man, äh, NTSC-Spiele spielen kann. Ähm. Dann habe ich ein Kuckloch reingemacht und LEDs eingebaut. Dann habe ich das Case, habe ich, äh, lackiert in blau, gelb und pink. Und, ähm, dann habe ich, ja gut, das zähle ich jetzt nicht zum Modeln dabei, aber ich hab den, ähm, eine neue Aufnahme. Wie heißt das Ding? Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das Teil heißt. Ähm, die neuen Kontakte, wo man die Pins vom Spiel halt reinschiebt, reinschiebt. Äh, da habe ich so ein neues, diese neue, neue Aufnahme für gekauft, die man nicht mehr runterdrücken muss. Und, ähm, da, da läuft, laufen halt alle Spiele tadellos drauf, ohne rumzuzicken. Wundervoll. Und mit dem Teil braucht man auch gar nicht mehr, dieses eine Beinchen zu, durchzuschnibbeln oder abzulöten, wie man das auch immer macht. Ähm, weil das hat das Schutt irgendwie schon eingebaut. Und mit dem Teil braucht man auch gar nicht mehr, das ist ein neues, das ist ein neues, das ist ein neues, das ist ein neues, das ist ein neues. Oh, das ist ein neues, 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 das ist ein neues. Ah, mir hat eine Kiste gefehlt, ne? Ach, Mann, ich dachte, der würde nochmal hochspringen. Cool, wenn man so etwas selber machen kann, das könnte ich auch, äh, das könnte ich nicht machen. Ach, das mit dem... Ich glaube, Dennis hat das so gemacht, dass das mit den Beinchen, dass das geht. Für den LEDs hat mir damals ein Arbeitskollegen geholfen, weil der ist Elektriker und der konnte mir sagen, was ich da für Widerstand brauche, für die LEDs, die ich da reingebastelt habe. Und wo ich die anlöten kann. Oh Mann, diese Kiste geht mir echt auf den Sack. Also, genau, wo ich die anlöten kann. Also, wo die hier halt ihren Saft herkriegen. Und den Rest, das andere, das war easy. Also, die Kontakte, die waren sowieso nur geschraubt, glaube ich. Also, das war jetzt nicht so, war nicht so schwierig. Ich hatte auch schon mal meine Blaze 1, habe ich auch gemoddet. Das ging auch ganz gut. Also, äh... Mann. Halbe Stunde. Halbe Stunde an diesem dummen Level, weil ich mich nicht einmal konzentriere. das war nicht so, dass ich mich nicht mehr kann. Da ist dein Bild da. Phat, wunderschön. Ich muss ja gut von euch vielleicht schauen. Aber das war schon. Ich muss ja gut anbieter. Ich muss ja gut werden. Ich muss doch immer noch hin. Da ist das war doch alles. Ich muss ja gut sein. Oh mein Gott. Ich muss ja mal anbieter, weil wir noch nicht alle Widerstands haben. Ich rede gleich weiter. Ich will es nur einmal hier ernsthaft versuchen, mal hier durchzukommen. Diese Löcher gehen mir auf den Sack. Warum können die das Wasser nicht tiefer abfließen lassen, damit man wenigstens drüber rutschen kann? Weil jetzt, sobald du einmal diese Kante erwischst, bist du tot. Oh nein, diese dumme Hurenkiste da oben. Ich brauche die, sonst schaffe ich das nicht. Oh nein, das ist das. Das war's für heute. Okay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. So, also, Playstation 1 habe ich gemoddet. Sogar im Stream glaube ich, damit man auch Import-Spiele spielen kann damit. GG, ja, dankeschön. Import-Spiele, genau dann habe ich, was habe ich denn noch gemoddet? Also, was schief gegangen ist, ich habe versucht, das Gehäuse von meinem Nintendo DS zu wechseln. Und ein Bildschirm, ein Bildschirm und das Gehäuse, das habe ich beides auf einmal gemacht. Und da habe ich dann vergessen, bei dem einen Bildschirm die Rückseite zu isolieren. Habe den dann zusammengebaut, habe ihn angemacht und da hat er irgendwie einen kurzen gekriegt, weil die Hinterseite vom Bildschirm war aus Metall und die lag auf der Platine auf. Und da hat sich dann, irgendwas war dann da. Auf jeden Fall war kaputt. Sicherung war auch kaputt. Die habe ich dann ausgelötet, habe eine neue reingelötet und das hat immer noch nicht funktioniert. Und dann wusste ich nicht, wo dran es liegt und dann habe ich mir einen neuen DS gekauft. Ja, da ist es auf jeden Fall schief gegangen. Aber bisher hat es sonst immer funktioniert. Ich habe noch nie eine Konsole gemoddet. Ja, Playstation 1 war auch das neueste, was ich mal in den Fingern hatte bisher. Ich habe jetzt noch Dennis seine alte Playstation 2, die fette. Da wage ich mich irgendwann noch dran. Aber nicht modden, sondern reparieren, weil irgendwas ist da kaputt. Weiß ich nicht. Hast du auch einen 3DS? Nee, ich habe nur einen ganz normalen... Nee, DS Lite ist das hier. Kein normaler DS, sondern DS Lite. Das ist so dum. Ich sollte heute echt nicht streamen. Das ist echt grauenhaft. Das ist grauenhaft. Jetzt habe ich Bock auf eine Milchschnitte. Ich bin Crash 4 gewohnt, obwohl ich Crash 4 schon in Ewigkeiten nicht mehr gezockt habe. Bei Crash 4 kannst du jederzeit einen Doppelsprung machen und hier kannst du nur eine Aufwärtsbewegung Doppelsprung machen. Oder ein bisschen kurz noch danach. Meine Nase. Ja. So, lass mich mal überlegen. War da noch irgendwas, was ich repariert habe oder so? Aber... Batterien austauschen von Gameboy-Spielen habe ich jetzt schon zweimal gemacht. Nee, nicht einmal habe ich... Ach, Mann. Nö. Ähm. Einmal bei Super Mario Land 3, Wario Land 1 oder wie das heißt. Ähm. Da habe ich die Batterie gewechselt, weil sie leer war. Und dann habe ich bei einem N64-Controller-Pack oder wie das Ding heißt. Mann! Ich krieg's kotzen, ey! Äh. Äh. Dieses Speichermodul für den Controller vom N64. Ähm. Da... Da habe ich auch die Batterie gewechselt. Ja. 4 ist voll schwer, wenn man dort alles... Ja, das stimmt. Ich will da auch nicht alles haben. Ich werde das einfach nur durchspielen. Dann... Gucken, was für einfache Koffehen dabei sind. Und dann... Der Rest, der kann nicht mal. Weil ich finde das Spiel auch nicht so gut. Puh. Ich bin schon locker. Hm. Nein. Nee. Schlietsch. Genauso wie bei Oddworld, also bei Soulstorm, da bin ich mir auch echt noch unsicher, ob ich da wirklich Platin hole. Weil ich finde das... Scheiße. Ja. Ich lass das so stehen. Story bisher finde ich mega cool. Aber Gameplay ist... Kurze. Leider. Ich habe das schon jetzt sehr oft gesagt, aber ich wiederhole es immer noch gerne. Ich möchte das Spiel lieben, aber ich kann es nicht. Hast du noch nicht gespielt? Ja, ich habe das seit Release, am Release-Tag habe ich es runtergeladen und ich bin immer noch nicht durch. Und das ist schon traurig. Ich weiß gar nicht, wann das genau war. Ich glaube, das war schon damals angekündigt, als ich noch keine PlayStation 4 hatte. Da war es, glaube ich, schon angekündigt. Weil ich meine, damals gab es New and Tasty für die PlayStation 4. Da habe ich mir das bei Limited Run gekauft, da hatte ich noch keine PlayStation 4. Und ich meine, da hätte ich in dem Auspack-Video, habe ich, glaube ich, gesagt, dass da schon Soulstorm angekündigt war. Ich meine, das wäre 2014 gewesen. Das heißt, ähm... Mann! Ja, jetzt sind beide Masken weg, oder was? Scheiße. Ja, seitdem habe ich eigentlich auf das Spiel gewartet und habe mich mega gefreut. Ja, und dann war es draußen. Und dann war das nicht so geil. Okay, hier könnte man Superman fliegen. Jetzt mischen wir ruhig. Ach, Gold! Schön! Äh, wann kam das denn raus? Weiß ich gar nicht mehr so genau. Können wir gerade mal nachgucken, du. Oder steht das? Meine Mittel müssen doch, glaube ich, draufschreiben. Ne, hab ich nicht aufgeschrieben, bis dato. Hm.